So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn die Rivalenwoche steht fast in den Startlöchern, also eigentlich dauert es noch ein bisschen. Heute ist der 8.4., wo ich das aufnehme und momentan ist noch das Osterevent im vollen Gange, beziehungsweise das Frühlingsevent, es heißt ja offiziell eigentlich Frühlingsevent, aber auch nicht im vollen Gange, denn das endet ja heute Abend. Und deshalb schauen wir jetzt mal auf das nächste Event, was nächste Woche kommt, nächste Woche anfängt. Für euch ist das vielleicht nicht neu, diverse Seiten haben schon davon berichtet, diverse YouTuber haben sicherlich auch davon berichtet. Ich habe mir mal wieder die Artikel hier rausgezogen von GOGAMES und von POGEFANS.NET und möchte euch jetzt mal netterweise zeigen, was ist die Rivalenwoche, was kommt da auf uns zu. Es war ja jetzt im März schon fast so, dass jede Woche ein neues Event war. Jetzt im April, Eventkalender, zack, alle Spotlightstunden, haben wir ein Video gemacht. Ist es wohl auch so, dass fast jede Woche ein neues Event kommt. Ist aber nicht weiter tragisch. Ihr könnt ja schon mal reinschreiben, wie ihr das Osterevent fandet oder ne, macht das nicht. Ich werde nämlich noch ein Video zum Abschluss des Osterevents machen mit Fazit, Ausbeute, Shinies, Entwicklungen, sonst was. Die 100% Baby-Shinies, die ich besonders cool finde. Jetzt aber Rivalenwoche ab dem 13. April, ja. Schreibt euch das in den Kalender. Das Osterevent ist im vollen Gange und Nyendik hat bereits das nächste Event für den April angekündigt. So, Rivalenwoche. Wurde bereits vor, aha. Dreht sich hier alles um die Rivalen, doch nicht um Gary Eich, Blau oder sonstige Rivalen, sondern um Pokemon. Ey, die Raid-Bosse, ich sag's euch, die Raid-Bosse. Guckt euch die Raid-Bosse gleich an. Startdatum also 13. April, 10 Uhr. Ende 18. April, 20 Uhr. Das sind schon wieder 5 Tage. Das ist aber komisch, wie die das machen. Die haben das Osterevent jetzt 5 Tage gemacht, haben aber am Sonntag angefangen. Dann haben das dann bis Donnerstag gemacht. Jetzt fangen sie hier am Dienstag an, wenn mich nicht alles täuscht. Ist Dienstag der 13. Ich hoff's. Und dann bis 18. Was ist der 18.? Weiß ich nicht. Habe ich gerade nicht hier auf dem Schirm. Können wir uns aber nachgucken. Wichtig ist auf jeden Fall, es fängt 10 Uhr an. Gerade wenn Raid-Bosse wechselt sind, wisst ihr immer, 10 Uhr erscheinen die Eier. Und ab 11 Uhr könnt ihr dann den Raid-Bosse effektiv raiden. Der 13. ist der Dienstag, genau. Und das läuft bis zum Sonntag, dem 18. Details. Algit und Skampisto erscheinen erstmals im Pokémon Go Wild, in Raids und in Feldforschungen. Das ist schon mal eine gute Sache. Ich glaube, wir haben uns hier noch Bilder davon. Ja, hier Algit und Skampisto. Zwei neue Pokémon. Ist also ganz besonders. Die Hunderterjäger gehen wieder raus. Man geht nicht davon aus, dass die jetzt als Shiny erscheinen direkt. Werden erstmal eingeführt. Fertig. Ich glaube sowieso, dass in der Rivalenwoche kein einziges Shiny angekündigt ist. Manchmal hauen sie aber noch eine Überraschung raus. Algit. Was ist das überhaupt? Algit ist ein Pokémon vom Typ Gift und Wasser, welches erstmals in der Kalos... Kalos... ...Region entdeckt wurde. Es entwickelt sich zu Tandrack, einem Pokémon vom Typ Gift und Drache. Es ist eine Alge nachempfunden. Grüße gehen raus an Knossi. Hä? Skampisto ist ein Pokémon vom Typ Wasser. Vergesst Kyokre, vergesst Kingler, vergesst alles. Gönnt euch Skampisto, welches ebenfalls in der Kalos-Region erstmals entdeckt wurde. Es wurde höchstwahrscheinlich einem Pistolenkrebs nachempfunden. Ja, sieht ja gut aus, ne? Stellt euch mal vor, der wäre rot gewesen. Ihr hättet keinen Unterschied gehabt zu den ganzen anderen roten Krabben, die wir im Spiel haben. Aber der ist blau. Vielleicht ist der Shiny dann ja rot. Das wäre auf jeden Fall lustig. Sind also zwei neue Pokémon. Freut man sich, ne? Wild in Raids und in Vollfeldforschungen. Wenn die Wild kommen, wer macht dann bitteschön Raids davon? Dann seht ihr auch, wieso ich meine komische Medaille noch nicht auf Platin hab, wo man 150 verschiedene Pokémon-Arten raiden soll. Oder 151. Weil ich nur legendäre Raids mach. Und das sind halt immer dieselben. Deswegen macht auch ruhig mal andere Raids. Vor allem Wild sind die IV ja meistens eh nicht die besten. In Raids kriegt der gleich vernünftige IV. Kann man also mitnehmen. Also hier weiß man ja auch nicht, wie oft die erscheinen. Kann sein, das sitzt alles voll. Kann sein, die erscheinen wild. Aber ihr seht am Tag vielleicht zwei und das war's. Dann doch lieber Raiden. Kikli, Nokchan, Makuhita, Miditi, Sango, Vipidis erscheinen häufiger wild. Gibt's natürlich alle in Shiny dank dem Kando-Tag. Also Kikli und Nokchan auch eingeführt. Wer da kein Glück hatte bei Kikli und Nokchan, hat jetzt also die Möglichkeit in der Rivalenwoche nochmal schön rein zu cachen. Nein, auf Shiny-Suche zu gehen. Makuhita, Miditi gibt's ja schon seit 10.000 Jahren. Sango, Vipidis, die auch regional waren, die immer mal gewechselt haben. Jetzt beide wieder da. Aber auf jeden Fall gibt es alles als Shiny. Braucht ihr noch was davon Shiny? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich hab alle. Bräuchte davon nichts. Hunder da. Müssten glaube ich auch alle da sein. Bei Kikli und Nokchan bin ich mir gerade unsicher. Aber ansonsten nett. Haut mich jetzt noch nicht vom Sockel. Eier. Nach dem Oster-Event habe ich glaube ich keinen Bock mehr überhaupt auf Eier. Macholo, Rabauts, Elekid, Magbi, Makuhita, Miditi, Sango und Vipidis, Schlüpfen aus 5 Kilometer Eiern. Hm. Ist ja gar nicht mal so viel. Manche Leute sagen jetzt auch, die Vermutung liegt nahe, dass Rabauts Shiny eingeführt wird. Weil alle anderen gibt es schon Shiny. Rabauts nicht. Das gleiche Problem hatten wir aber jetzt beim Oster-Event. Als Mamfaxo in den Eiern gelistet war, haben auch Leute gesagt, vielleicht kommt ja Mamfaxo Shiny. Weil das ist das einzige, was noch nicht Shiny da ist. Und es kam natürlich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Rabauts nicht released wird. Ansonsten kriege ich voll den Brechreiz, nachdem ich die ganze Zeit 2 Kilometer Eier gebrütet habe. Dann im nächsten Event auf 5 Kilometer Ei-Brut-Suche zu gehen. Was wohl noch komplizierter wird. Da der Eierpool bei den Fünfern wahrscheinlich 10 Mal so groß ist, wie bei den Zweiern. Und auch wenn hier nur eine Handvoll Pokémon steht, sind im Endeffekt wieder 5 Millionen drin. Und das weiß ich nicht. Najentik, Najentik, ihr alten Schlingel. Ansonsten, ein Hunderter Rabauts wäre auf jeden Fall cool. Aber ein Hunderter Brüten von Rabauts, das ist natürlich, das ist der Schocker der Woche. Wer hat ein Hunderter Rabauts von euch? Falco, Grüße gehen raus, hat sogar zwei Hunderter Rabauts gehabt. Hat er damals also zu Besuch war, haben wir das im Video ja gezeigt und erwähnt. Einfach richtig heftige Sache. Eins sollte er immer entwickeln. Ich weiß gar nicht mehr, ob er es überhaupt entwickelt hat oder nicht. Guckt euch das Video mit dem Falco an, ist bestimmt irgendwo auf dem Kanal vergraben. Dann Demeteros in seiner Tiergeistform erscheinen in Rates der Stufe 5. Das ist auf jeden Fall die beste Nachricht für mich bis jetzt. Denn nachdem die drei, wie hieß es, Knechtgeister auf der Wolke, nachdem die drei Knechtgeister auf der Wolke shiny verfügbar waren, dann direkt wieder gegangen sind, in ihren Tiergeistformen eingeführt wurden, jeder zwei Wochen lang, war bei Voldolos gar nicht mal so viel los. Obwohl das eigentlich noch nützlich war. Bei Boreos war es komplett ruhig, muss ich sagen, weil das halt wirklich gar nichts kann. Demeteros ist aber auf jeden Fall der stärkste und nützlichste von den drei Tiergeistern. Da hätte ich gerne einen Hunderter. Also ich glaube, bei Demeteros werde ich öfter raiden. Oder wenn ihr Einladungen schickt, werde ich öfter annehmen. Und werde vielleicht bei Raids für Zuschauern selber auch immer mitmachen und mich mit einladen. Also Demeteros, ja, kann beginnen. Freue ich mich besonders drauf. Er scheint, wie gesagt, auch am Dienstag ab 10 Uhr die Eier. Ab 11 Uhr Raids. Da ist Hannes noch da. Vielleicht schaffen wir sogar noch einen Raid zusammen, bevor er da wieder gehen muss. Zur Einführung wäre auf jeden Fall genial. Also bisher eigentlich alles uninteressant für mich. Wilde Pokémon, okay. Eier, hm, okay. Äh, Raids. Wie immer. Raiden. Raiden ist das einzigste, was für mich immer in Frage kommt. Was habt ihr ansonsten noch in Raids? Nidoqueen und Nidoking. Wer raidet sowas? Sengu und Vipitis. Habt ihr Interesse an Raids für Zuschauer mit Sengu und Vipitis? Schreibt zwar in die Kommentare. Der eine lädt für Sengu ein, der andere für Vipitis. Äh, dann können wir leider keine Demeteros-Raids machen, weil ihr ja Sengu und Vipitis haben möchtet. Kein Problem, wir richten uns da natürlich gerne nach euch. Event-exklusive Feldforschungen für Algit und Scampisto? Würde mir jetzt wieder zu denken geben, als ob die vielleicht doch wild gar nicht so oft auftreten und ihr dann extra Feldforschungen machen müsst, um überhaupt Begegnungen mit denen zu bekommen, wenn ihr die nicht raiden wollt. Lassen wir uns überraschen. Es gibt viele, die machen natürlich gerne Feldforschungen, die sammeln eine Aufgabe nach der anderen, die gehen nur nach Feldforschungen und suchen gezielt. Außerdem noch Team-Go-Rocket überfällt vermehrt Pogestops und taucht in Ballons auf. Also, das hat auch seine eigene Gemeinde. Die Rocket-Rübel-Raudis, die losgehen und jeden Rocket-Rübel mitnehmen. Globale Herausforderung steht noch dabei. Im Vorfeld des Events wird es eine globale Herausforderung geben, weil der Spieler so viele Raids wie möglich machen müssen. Um für die Dauer der Rivalenwoche doppelten Fangstern in Staub freizuschalten. Wie viele Raids hierfür benötigt werden oder wann die globale Herausforderung genau stattfindet, wurde bislang noch nicht angekündigt. Könnte man natürlich denken, wenn das am Dienstag losgeht, dass sie das vielleicht dieses Wochenende sogar schon machen. Wäre mein Tipp, vielleicht dieses Wochenende. Aber ich meine, dieses Wochenende ist der Sea-Day. Da werden die Leute den Sea-Day zocken und nicht vermehrt raiden. Auf der anderen Seite, selbst wenn die das machen, im Vorfeld und nicht in der Woche, das heißt, Boreos ist in den Raids. Ihr sollt möglichst viele Raids machen, wenn Boreos noch da ist. Also entweder sind die Leute schlau und halten sich zurück und zeigen Niantic, nein, nicht mit uns. Oder, weil die Leute halt den Bonus wollen mit dem Staub, raiden sie einfach Boreos dann auf einmal bis zum Unfallen und deswegen sagt Niantic, Mensch, bei Boreos, die Leute raiden kaum, wir kriegen kein Geld. Lass mal sagen, ihr müsst ganz viel Boreos raiden, damit ihr dann bei dem Eteros mehr Staub bekommt in der Woche. Wir sind so schlau. Wieder mal, könnt ihr euch auf die Schulter klopfen. Weiß ich nicht. Wenn sie da nicht ein spezielles Pokémon reinbringen, wie das war mit dem Rayquaza-Raid-Wochenende, das war eine feine Sache. Zwei Tage Rayquaza drin, die Leute sind komplett ausgerastet. Jetzt bringt halt Palkia, Dialga, irgendwas einfach am Wochenende, kurzfristig, dann muss man so viele Raids wie möglich machen, um noch einen Bonus freizuschalten für Demeteros. Alter, die Leute würden ausrasten. Bis jetzt steht nichts weiter da. Ich denke mal, wenn, dann geht es doch um Boreos. Leider Gottes. Die zwei Pokémon haben wir uns schon angeguckt, kein Problem. Laut der Ankündigung scheinen die Rivalenwoche eine gute Gelegenheit zu sein, um sich eventuell fehlende Shinies wie Kikli, Nocchan, Sengu oder wie Pilis zu sichern. Der doppelte Fangsternstaub klingt zunächst sehr reizvoll, doch die globale Herausforderung ist in unseren Augen eher wieder abschreckend. Genau meine Meinung. Sehr schön. Und auch wenn wir das hier jetzt alles schon geguckt haben, schauen wir nochmal ganz kurz bei Poge-Fans, was die noch haben. Hier sieht man auch dieses schöne Bild mit dem Wald und hinten steht so ein Demeteros und besucht gerade die Großmutter. Ihr habt da alles fix zusammengefasst. Ihr habt da aber auch die anderen Formen, dass ihr nämlich seht. Jetzt kam Pisto digitiert zu Wummer und Algi zu Tandrak. Sieht jetzt ja nicht so heftig aus. Der Vorteil ist hier, wir können bei Poge-Fans.net immer noch ein Extrafeld aufmachen und uns direkt das Pokémon angucken. 3 Kilometer Kumpeldistanz, 1230 auf Max WP und die Entwicklung erreicht sogar 3124 von Wummer. Ist mehr als gedacht. Sieht trotzdem komisch aus. Ähm, Algit, 1200, auch 3 Kilometer und erreicht 2600. 2600 wäre für mich jetzt nicht reizvoll. Ich glaube die drei, wir sind so verwöhnt, selbst 3100 ist für mich nicht reizvoll. Für neuere Spieler, die noch keine heftigen Pokémon haben, gönnt euch da eins mit einem hohen Level. Entwickelt einfach das höchst levelige. Guckt gar nicht auf die IFAO, wenn ihr ein Level 35er Wild fangt oder so, entwickelt das einfach durch. Dann habt ihr vielleicht trotzdem was hohes zum Kämpfen. Finde ich auch, weiß ich nicht, hässlich, müssen wir dazu sagen. Aber der Boss ist eh Demeteros in der Tiergeistform, denn der kommt auf Level 50 auf 4434 beziehungsweise mit Kumpelbonus 4487. Und das, wie gesagt, wäre mein Ziel, 100er Demeteros zu bekommen, 100 Raids zu machen für 300 XL Bonbons und denen dann maxen. Ob das passt, sehen wir dann. Das war die Rivalenwoche, das heißt, wir können das alles wieder zumachen. Also ab Dienstag geht es los mit Demeteros, mit der Rivalenwoche und bis Sonntag. Also bis Sonntag die Rivalenwoche. Demeteros, macht euch keine Sorgen, Demeteros bleibt zwei Wochen. Zwei Wochen und dann kommen wieder die Knechtgeister auf der Wolke zurück, wie so schön gesagt wurde in der Fangruppe. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut. Moment, euer Ramses.